Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Metroid Zero Mission wir sind mit Samus unterwegs und zwar Samus Suit Zero und zwar ohne ihren Anzug und wir sind irgendwo in irgendeinem verlassenen Welt gelandet und ja keine Ahnung wir müssen jetzt gucken wie wir hier weiterkommen die liebe Samus hat uns natürlich wurde wir im letzten Part von ein paar Wetterompeaten abgeschossen vorher haben wir mal den Brain in fünf Versuchen irgendwie gepackt okay hier gibt es etwas und wir gehen jetzt ins Mutterschiff der Piraten okay wir gucken mal ob wir so gut sind wie wir sind ich habe aber Angst wir müssen aber einfach jetzt weiter zack ach einfach hier runter und jetzt geht es runter ins Mutterschiff oh da macht jemand die Augen auf im Mutterschiff der Welt kommt so und jetzt müssen wir so Art tun als wenn wir detektive müssen wir gucken dass wir nicht erwischt werden und wie ihr seht das Schiff ist verdammt groß Mutterschiff Mutterschiff Kartenarten erhalten und da ist ein Safe Platz den nutzen wir natürlich wunderbar wir haben auf jeden Fall alle unsere Energie ja auch Speichermittel Speicher abgeschlossen und auf geht's Speicher abgeschlossen und auf geht's einfach weiterlaufen und einfach weiterlaufen und hier dürfen wir nicht schießen und hier dürfen wir nicht schießen wir mit unsere kleinen Laserpistole wie wir da versuchen einfach scheiße einfach rüberspringen so du siehst mich nicht du siehst mich nicht Fingerkreuze du siehst mich nicht ok wunderbar doch funktioniert ok aha mhm ok aha oh da sind schon mal Schiffe sehr schön da 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 hier ist ein Safe Room den nutzen wir natürlich boah das war jetzt eine heiße Verfolgungsjagd ah auf geht's ja bitte und speichern abgeschlossen einfach weitergehen ich glaube wir können heute Metroid Zero Mission beenden am heutigen Tage das wäre nicht na da kann man nicht rum ok hier auch nicht ich habe immer Angst hier wäre was also wenn das mal runter fällt hier auf jeden Fall schnell schluss auf land scheiße schnell einfach runter einfach runter krabbeln scheiße schnell Mami boah jetzt sind es drei lecker woher wie die mich gekriegen wie die mich gekriegen Hysterisch lang oh danke Safe Room in der Nähe Oh wir dürfen uns jetzt nicht von diesen Schalllichtern hier erwischen lassen Sonst sind wir auch wieder an dem Arsch. Okay. Geh zurück. Oh, das war eine Scheißposition. Wow. Sehr schön. So, weiter geht's. Also, wir sind noch nicht erwischt worden. Das ist sehr gut. Wunderbar. Einfach weiter speichern. Gott, ey. Weißt du, wie... Das ist nervtötend, diese Stelle. Aber man kriegt das hin, wenn man das Intelligenz macht. Wie ich jetzt gerade einfach mal durchrennen und einfach suchen nach einem Ort. Aber es ist auch so gespielt worden. Also, es ist so, dass man es wirklich... Okay. Oh, Gott. Scheiße. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay, ich muss hier hin. Ah, schnell rein mit mir. Scheiße. Boah, das war jetzt aber... Wow. Das war jetzt... Alter. Blödes Drecksvieh. Das hat fehlgetan. Einfach weiter rennen. Einfach weiter durchrennen. Weiter durchrennen. Weiter durchrennen. Lauf, Samus. Nein. Nein. Boah. Wie schnell ist der? Einfach durchrennen. Einfach weiter. Samus. Einfach weiter. Sehr schnell. Sehr schnell. Okay. Okay. Oh. Fies. Das ist fies. Oh Gott. Boah. Das war sehr knapp. Oh. Der hat mich jetzt erwischt. Oh Mann, das Ding nervt. Gut gehabt. Gut gehabt. Ah, nix Okay, jetzt weiter nach rechts Ich krabbel lieber drunter Das macht man lieber so Okay Einfach weiter Oh, das ist fies Da muss man nämlich genau dazwischen So lange bleiben Oh Gott Das war sehr knapp Scheiße Einfach Das kann passieren Das kann passieren Das kann sogar passieren Die freuen sich schon, wenn sie mich sehen Der Typ muss doch einfach auf die Fresse fallen Nein, wie kann er mich sehen Die Sau Zack Wie kannst du mich denn sehen, du Sau Wie kann er mich denn sehen Alter Du Sau Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Bitte, bitte, bitte Gott, ey Das war sehr dumm von mir Nicht immer so riskieren Da kann man sehr schnell K.O. geht Aber ich habe da noch Glück gehabt Okay Oh, ich sehe hier Powerbomben Hat das vielleicht was zu bedeuten Naja, die werden es ja sehen Ah, speichern Ja, bitte Ich will speichern Gott, ey Boah, wir sind sehr schnell Muss man echt sagen Ich würde mal sagen Das wird auch der letzte Part von hier Ich würde mal sagen Es ist jetzt Wirklich so ist Metroid Zero Mission Wird komplett weiterhin aufgenommen Wieso ist es das weg? Ey Wann da nicht gerade Powerbomben Der nimmt das weg Die Sau Hinterher Okay Jetzt wird es wieder hier So ein bisschen kritisch Ja Nicht erwischen lassen Die letzte Mal Ich habe Angst Ich mache mir gleich ins Höschen Boah, das ist schon ein Scheißsatz Sorry Wollte ich nicht springen Boah, ich dachte schon Du gehst komplett runter Gott Ich wollte Attack Das darf doch nicht Spaß Schnell Lauf, Samus Lauf, 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 lauf Schnell Lauf, lauf, lauf Das bringt sich gegenseitig um Scheiße Ich komme hier nicht durch Geh durch Scheiße Ich muss doch auf die andere Seite Scheiße Das bringt nichts Ich glaube hier Die kriegen mich doch Die sind doch viel schneller als ich Nein Scheiße Schnell Lauf, Samus Boah Actionreich Das hat weh getan Lauf, Samus Lauf Boah, ich glaube gegen 5 Wollah So bin ich dann gerade am Köpfe Schnell, Samus Samus, lauf Lauf, Samus Lauf Das war jetzt gut gespielt Ich hab die einfach mal ins Leere laufen lassen Und einfach mal Ähm, leider verloren Ja, bitte auch speichern Ich hab gar nicht geguckt auf die Karte Wie weit wir jetzt gelaufen sind Okay Ziemlich weit Okay Oh, eine sehr seltsame Melodie läuft Etwas mystisches Aha Könnte das Samus darstellen Hm So wie es aussieht, ja Da wir ja wissen, wer Metroid gut aufgepasst hat Die kleine Samus wurde von den Chosos aufgewachsen, ja Und da ist die kleine Samus Und sie ist jetzt zu einer hübschen Dame gereift Ja Willkommen zurück, Samus Würde man sagen Ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte Part ist Ich hab's jetzt gerade so empfunden Aber ich denke mal, dass es schon der letzte Part wird Okay, wenn die Zeichen aufploppen Können wir angreifen So, das bewegt sich jetzt mittlerweile auch Das nervt nämlich Komm, Zeichen, komm So, jetzt haben wir das dritte Jetzt müssen wir kommen, das vierte Komm, das vierte Au Ah, da war das vierte So, jetzt haben wir alle vier Zeichen Und jetzt Schaut mal genau hin Das sind wir Das ist der Anzug Was passiert Samus verwandelt sich wieder Bam In dieser Samus Mit neuen Items Das wird Der Plasma Bin Dieser kraftvolle Wien kann Mehrere Gegner Durchstränge Zu Warrior Zu Gravity Suit Verbesserte Abschirmung gegenüber Angriffen Gleich Massentraining in Wasser und Lava aus Und der Space Sagen, wenn möglich in der Luft Mehr weitere Salters zu schlagen Dazu Salter Neu drückt AB Voller ausgestatten Anzug Gehalten Wow, jetzt sind wir voll die Over-Macker Und unser Anzug ist lila Geil So Wer seid ihr, Mann Ihr habt mich die ganze Zeit jetzt provoziert und geärgert Ich werde euch jetzt töten Erstmal nochmal vorher speichern Und runter mit uns Durch das Wasser Jetzt gehen wir auf Piraten Oh, Speedbooster Okay De-Homo uns aber jetzt in Container Dankeschön Super Missile Container halten Erweiterung möglich Äh Gibt's hier auch noch was? Nein Hier gibt es nichts Außer Ich muss doch mit Irgendem gehen können Okay Das führt mich zurück Sehr schön Ah Aha Okay Ich komme langsam hinter den Gedanken Wie das funktioniert Okay So in etwa muss es laufen Ich guck mal hier Was sich jetzt hier befindet Hier befindet sich bestimmt doch etwas Nein Tut es nicht Okay Okay Hier waren wir doch schon Nein Hier waren wir doch nicht Einfach mal draufknallen Diese Gegner sind wir Wärme Einfach Vernicht Ach wir können die einfach runter BABABABAB Was du kreist mich an Du Fliege Ist halt doch nichts Außer Leiche Beute Für mich Wow Wir sind hier einfach nur Um durchwasen Und dann auf einmal Eine ruhige Entspannte Musik Okay Ich habe irgendwas vergessen Die Powerbomben wahrscheinlich Können wir denn eigentlich mal zurück Ich würde mal sagen Sollte wir mal besser zurück Oder Obwohl Kriegen wir die Powerbomben denn da Wir gehen nochmal zurück Zur Sicherheit Alles über zur Sicherheit Sonst Weil Ich würde schon wissen Ob wir da was noch bekommen Wir gehen jetzt einfach den Weg zurück Die reingegangen sind Was die Leute hinterher Du hast sowieso keine Chance Wo auch nicht Ihr werdet alles vernichtet Na Danke 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 Ihr seid denn immer schön Keepys Ich Α Danke 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 Zeig's doch! Die Powerbomben! Scheiße! Hehe! Kommt man denn noch anders da rein? Ja, da oben, ne? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße! Okay. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder aus der kurzen Pause. Und wie ihr seht, habe ich es geschafft, hier mal mir das anzugucken. Und, ach, das war drin! Ein Missile-Container! Ihr werdet jetzt sehen, ich mache es jetzt doppelt, damit wir jetzt endlich herausfinden, ob ich richtig war oder nicht. Ja, ich muss noch mit den... Ja, gut, mit dem Seil, das komme ich jetzt irgendwie ein bisschen klar. Aber, ihr seht, doch was komplett richtig. Okay. Dann habe ich total nicht durcheinander bringen lassen. Okay. Kann passieren. Ist aber kein Fehler. Das hat mich dann nur dazu gebracht, halt jetzt ein Missile-Container. Natürlich ein toller Schatz. Ach, einfach jetzt sei alles umliegt, was im Weg ist. So. Alles umliegt, was im Weg ist. Mal kurz in die Karte gucken. Nein, hier ist nichts. Wow. Hinter, ne? Aufstehst du, ne? So. 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 Jetzt speichern wir. Okay. So. Ich werde mal aber auch sagen, wenn wir hier dieses Ding hier verlassen, beende ich auch den Part, denn das ist nicht der letzte Part. Der letzte Part kommt nämlich gleich. So. Jetzt machen wir einfach weiter. weiter. So. So. Ich denke mal jetzt. Mann Gott. für heute N Rodrigo auf geht es zu sein. Vielen Dank! Ich denke mal wieder zu den Piraten Oh, ich liebe es, mit der Screw Attack durchzubritzeln, denn damit können wir die Gegner... Ah! Okay... er und er ist in den Weg ganz zurück und er macht auch ein bisschen Spaß das war hartnäckiger. Okay, aber dich kann man trotzdem töten. Okay, hier gibt es einen Safe-Root. Wunderbar. So. Ach Gott. Ey, lass mich in Ruhe speichern. Nein, wir können nicht speichern. Okay. Jetzt können wir in Ruhe speichern. Wunderbar. Ich möchte mal sagen, wir speichern hier und beenden den Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bei Metroid Zero Mission, den letzten Part. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was da geschieht. Bis dahin, mit euch ich weiß, was man zuschaut. Bis dahin und ciao. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr ihn folgendermaßen bewertet. Natürlich mit einem Daumen hoch. Und wenn ihr euch nicht gefällt, mit einem Daumen hoch. Oder Feedback, Kommentare sind immer wünsch. Und wenn ihr zur einfachen Verlinkung kommen wollt, seht ihr unten im Video Verlinkungen zur Folgen auf sich und zur Playlist und oben im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Verfolgen der weiteren Projekte. Bis dann und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020